Ich habe eine Spinnenphobie. Naja, Phobie würde ich es nicht sagen. Ich ekel mich ein bisschen davor, aber töten würde ich es dir deswegen jetzt auch nicht. Wenn im Auto, wenn ich meinen Sonnenschutz runterklappe, und ich habe da jedes Mal eine Spinne, ob groß oder klein, springe ich meinen Schatz fast da auf dem Lenkrad. Boah, das ist ja ekelhaft. Ja. Vor allem, das hatte meine Schwester auch mal, dass sie da Auto, aber zum Glück nur Beifahrer, und auf einmal hat sich so eine Spinne vor ihrem Gesicht, von ihren Haaren abgeseilt oder sowas. Boah, da zuckst du auch erst mal zusammen. Ja, das war vor drei Jahren. Ich fahre ja selber kein Auto, nur mein Mann fährt Auto. Achso. Vor drei Jahren sind wir nach Rolla, nach Krefeld gefahren. Ey, ich mache das Sonnendeck da diese Klappe runter. Boah, kommt mir da ein Vieh entgegen. Mein Mann musste sofort anhalten, seine Mutter hinter mir und schrie mich an. Du kannst doch dem Dennis nicht ins Lenkrad greifen. Hä, habe ich nicht, aber ich bin ihm fast auf den Schoß gesprungen. Hitz rauf. Siehste, und ich habe vor jetzt knapp zehn Jahren, also 2008 war das, da bin ich aus dem Urlaub mit meiner Tante und meinem Cousin zurückgekommen, Ostsee, und wache den nächsten Morgen auf, mache die Augen so auf, noch so schön verschlafen, auf einmal ist da so eine fette Spinne, die an meinem Kopf, Oh, der Geist, der Geist, der Geist, die hat an meinem Kopf ein dickes, fettes Spinnnetz gewebt gehabt. Aber so eine richtig dicke, weißt du? Oh, Moni, hör auf mich zum Verfolg, ich sehe deinen Schleier, du Ekelhafte. Sie hat den Schleier von Harry Potter. Kannst du nicht. Oh, really? Was kann er nicht? Wieso bin ich denn immer schon wieder der Erste? Weil du da halt nun mal saßt. Och Mann. Und du hast deine Taschenlampe verloren. Sorry. Ich habe die 1500 geknackt. Nicht schlecht, Danny. Läuft. Ja, 1500 Stunden, kein Leben. Hast du eigentlich nicht mal gesagt, du willst das Spiel nicht mehr so oft spielen? Ja, ich weiß. Keine Ahnung. Echt jetzt mal, warte. Kommst du mit, wo willst du hin? Alter. Ja, ja. Hier, warte. Nimm mal. Nein, ich will die nicht. Nimm die. Du nimmst jetzt. Das ist ein Geschenk. Geschenke weist man nicht ab. Ich hoffe Geschenke. Danke schön. Äh, Marcel, nicht gegen die Wand laufen. Das schickt sich nicht. Äh, wieso gegen die Wand laufen? Weil es bei mir eben aussah, als wäre es so gegen die Wand gelaufen. Oh, nee, geht bloß weg mit deinem E-Star, ey. Wusch. Komm her. Durchs Fenster. Ach Mann. Ich bin froh, eigentlich Gleichgewinde zu treffen. Hast du aber ein Glück, dass hier kein Keller ist. Ja, da habe ich mir auch Glück. Nee, der ist im kleinen Haus. Danke für die Info. Ja. Der ist ja sonst immer... Soll er auch sonst sein. Du guck mal. Haken. Nee, aber ich habe da gerade ein Medikid rausgehört. Deshalb weiß ich. Ich starte schon mal mein Workout. Irgendwie muss man ja die David-King-Muskling auch... Äh... Lassen. Pushen. Pumpen. Max! Max! Wo bist du? Nirgendwo. Ich finde dich schon. Nein, das wirst du nicht. Leute, hast du das echt runtergeschafft? Nein. 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 Also natürlich einmal die Klappe halten. So. Ja, ich habe den nie getroffen. Uh, war ja auch jetzt so schwer. Ach, hör auf. Das darf ich auch mal mich freuen drüber. Ja, kannst du. Oh. Ah, da hat wer Angst vor Paletten. Da hauen wir doch die Palette in die Fresse. Hier, mach, komm. War gut ausgewichen. Ja, ich habe zum Glück gerade Sprintbus bekommen. Jetzt hätte ich dich erwischt. Ja. Sonst hättest du mich locker gekriegt. Ach, scheiße. Warum denn jetzt? Ich will doch mal einfach nur mal Danny kriegen. Hä, du hast mich doch heute schon gekriegt. Ich glaube, ich habe schon ein paar Gäste. Ja, aber ich will das jedes Mal. Wow. Gar nicht ehrgeizig. Also, nun, jemand kann nicht alles fahren, ne? Jo, alles klar. Wow. Da hast du mich jetzt. Zufrieden? Ja. Max, du bist sogar meine Obsession. Oh. Hey, zwei Haken nebeneinander auf dem Hügel. Bist du das? Das ist ein Spieler, oder wie das heißt? Ja. Also, der Zielspieler. Toll. Ich glaube, der bringt sogar mehr Punkte. Kann das sein? Nee, nee. Er bringt immer selbe Punkte. Ich bin irgendwie gefühlt jedes Mal die Obsession von jedem. Ja, da hast du aber irgendwas drin. Dein Decisive Strike zum Beispiel. Das sind die Perks, die das verursachen. Äh, ich weiß selber nicht, was für Perks ich überhaupt... Oh, oh. Du weißt nicht, was du für Perks dabei hast? Keine Ahnung. Ich habe einfach irgendwas reingeknallt, was geil aussah und sich gut angehört. Wow. Was weiß ich, meine? Ich habe da noch nicht so lange Spielerfahrung. Ich lese den Angegel über Spielebeschreibungen. Ach, Quatsch. Das Wort wird überbewertet. Dankeschön. Ach, da ist Max. Wo? Na, da. Ah. Da. Geh weg. Nee, wo willst du hin? Wirklich? Ich komme. Aber wir halt auch den Generator machen können. Geh weg. Ja, ich komme. Da ist mich. Ich bin da. Lass mich. Warum gibt es hier keine perfekte Palette? Was ist das? Weil du damit eh nix anfangen kannst. Du ziehst die eh immer zu früh. Hör doch mal auf. Guck jetzt nicht nach rechts, ja? Bitte tun wir das. Ja, Tatsache, dieses Scheiß. Tschüss, Moni. Ist nicht so schlimm. Wie der sich immer freut. Wenn er es einmal gepackt hat, der freut sich mal wie ein Honigkuchen. Ja. Wie schmitz Katze, du? Das war wohl nix. Guck mal, weil du den Haken so schön sabotiert hast. Kommen sie da auch gleich mal ran, ja? Hey, ich war das irgendwie nicht alleine, habe ich so das Gefühl. Also ich war sicherlich nicht so produktiv, aber irgendwie die andere Person achtet da nicht so drauf. Mano. Also ich wollte ja jetzt niemanden hier vergreifen, ne? Dieser Zug ist abgefahren. Ja. Dieser Zug hat abgelegt. Oh, hallo, Moni. Hi, Danny, altes Spiel? Ja, altes Spiel. Komm her, hier. Ach, geht doch. Und, wie macht es sich so im Schrank bei dir so? Oh, no. Oh, oh. Hier, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Echt jetzt, Moni? So, atmet, als hätte der Schrank. Ey, ich hab mein Geschenk verloren. Ja. War halt zu Franklins dabei, oder wie? Ja, ja. Aber es ist gut, dass er mich getroffen hat. Ich hab dich doch schon mal getroffen. Ja, aber da hat die nicht zu mir. Wenn du dich high jetzt, solltest du wenigstens auch treffen, ne? Ah, hast du mal Glück gehabt. Das will ich wieder machen. Ah, fuck. Jetzt auf einmal. So. Ja, ja, ich seh dich, Danny. Komm, hau ab. Ah, fast. Das war aber knapp, mein Freund. Ich hab dich gesehen und deinen fetten Hintern. Ich hab' die Musik kommen. Ja! Bitch! Oh, guck mal, jetzt ist sogar der Keller. Ich bin eh tot. Egal, kommst du in den Keller. Tot, tot und Töter. Oh, das eine Mal war echt haar scharf, ne? Äh. So, guck' er mal. Tschüss. Keller ist okay. Ja, genau. He's nerfed. Hallo, Mondi. Ich fand ja unsere Runden, wo wir friedlich zusammengespielt haben, in SWF irgendwie besser. Du siehst mich gar nicht. Was hast du denn hier? Was, 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 was? Danke, den wollte ich nicht. Wow, der lohnt sich ja auch schon, ne? Herzlich willkommen bei den Chaoten. Das ist mein Kopf. Hallo und herzlich willkommen. Ich muss gleich mal kurz gucken. Freak, Leon Freak, glaube ich. Street Leon? Ich muss gleich mal gucken, ich bin grad so auf... Ey, Danny, geh doch nicht auf dem Fenster. Was ist das mit... Ich muss gleich mal gucken. Auf dieses Palettenhüpfen zu machen, hier. Nö. Was ist denn mit dem guten Leon? Ich weiß nicht, wer grad gefollow hat, aber dankeschön. Ich lese den Namen gleich nochmal durch. Ach so, Leon. Ich bin grad so fixiert auf Danny. Wow. Oh, mein Koffer. Danke, Freak, Leon, dass du mich gefollowert hast. Herzlich willkommen bei den Chaoten. Scheiße. Leon. So, jetzt... Und jetzt hast du mich schon das zweite Mal bekommen. Oder habe ich mich dir bekommen lassen? Ist egal, Hauptsache du hängst. Ja, Leon Mystery. Wie sie einfach da steht und nicht weggeht. Mich retten gekommen. Sie steht immer noch hier bei mir. Really? Ja, ich hab's gesehen. Leicht rechts von mir aus gesehen. Jetzt geht doch raus. Können sie nicht. Sie haben einen Minuten die Dings. Ernsthaft? Jupp. Ach so, jetzt rennt sie hier rum. Was bist denn du für ein Killer, ey? Ich bin ein netter Killer. Nein. Bist du nicht. Immerhin lebt Max noch. Was wollt ihr eigentlich von mir? Max, was hast du geangestellt? Ich weiß nicht. Ich hab heimlich trainiert. Weißt du, wo ich so gesagt habe, wenn ich zu Fortnite dazustos, habe ich insgeheim Dead by Daylight trainiert. Nein, hast du nicht. Doch, hab ich. Dann pass mal auf, dass sie nicht kommt. Da ist sie schon. Und weg sind wir. Dann rennt sie einfach weg. Ohne Max. Tschüss. Einmal durch. Tschüss. Ich bin doch auch rausgekommen. Ich hab Tschüss gesagt. Ich mein, etwas stimmt. Ich bin doch auch rausgekommen. Vielen Dank.